Spargelfakten. Das muss man wissen. 1. Spargel entwässert Spargel regt mit seinem hohen Kaliumgehalt die Nierentätigkeit an und wirkt entwässernd. Mit dem Urin werden auch Giftstoffe ausgeschieden. 2. Spargel lässt den Urin streng riechen Etwa 40% der Menschen können die in Spargel enthaltene Asparagusinsäure verstoffwechseln, deren Abbauprodukte den typischen Geruch verursachen. Diesen Geruch können wiederum nicht alle Menschen wahrnehmen. 3. Spargel ist sehr kalorienarm 100 Gramm Spargel haben nur 18 Kalorien. 4. Spargel ist nicht für jeden gesund Trotz seiner gesunden Inhaltsstoffe ist Spargel nicht für jeden empfehlenswert. Wer eine eingeschränkte Nierenfunktion oder einen erhöhten Harnsäurespiegel hat, sollte nicht zu viel von dem Gemüse essen. Gicht und Schmerzen in den Gelenken können die Folge sein. 5. Grüner Spargel ist gesünder Grüner Spargel liefert mehr Vitamin C, Mineralstoffe und B-Vitamine als die bleiche Variante. 6. Frischer Spargel quietscht Der Quietschtest zeigt, ob der Spargel frisch ist. Nur frischer Spargel quietscht, wenn man die Stangen aneinanderreibt. 8. Spargelen 9. Dzieher 9. Dzieher